Send me a la- Hallo und herzlich willkommen zurück bei TRYIN 2 mit der Mobsin und dem Andy. Hallo. Ich zieh hier mal einen Hebel. Bringt das euch irgendwas? Ja, die Tür geht auf. Da müsst ihr nämlich den Kack hier oben nicht machen. Dankeschön. Oh, jetzt bin ich ja wieder unten. Okay. Oh, jetzt geht es irgendwo hin. Ich halte schon mal die Waffen bereit. Oh, das sieht nach Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, das sieht nach Bauskampf aus. Ich habe eben noch gespeichert. Bin ich gut oder bin ich gut? Ist gut? Ja. Aber ich hatte auch nicht große Entscheidungswahl. Es ging eine finstere, bedrohliche Stimmung in der Luft wie Klammernebel im Sumpfland. Die heldenhaften drei schafften es durch die Fallen und Schrecken des seltsamen Baumhauses. Nur, um von der schrecklichsten aller Kreaturen aufgehalten zu werden, einem Drachen. Die sind nicht schrecklich. Du bist schrecklich. Scheißerzähler. Ich bin ja der Drachengeborene. Die machen das schon. Bin ich im Jahr des Drachen geboren? Ich bin im Jahr des Affen geboren. Ich bin ein Affe. Ich bin ein Kletteräffchen. Ach du Heiliger. Aber wie geht der? Dann haut mal rein da. Da drüben ist ein Dings. Guckt mal. Ein Schalter. Unter ihm. Darf vielleicht eine Kiste drauf machen? Steht irgendwas? Ah ja. Gute Idee. Tut der irgendwas? Das ist doch ganz harm. Noch? Oh oh. Oh oh. Ich geh dann mal. Bye bye. Hallo? Ach. Ich hab ihn getötet. Du grausamer. Ach, das sind wir zahm, weil er nur eine Illusion war. Ja, sah erschreckend echt aus. Ich hoffe, wir treffen nicht auf das Original. Ja, hoffe ich auch. Werden wir aber bestimmt. Ja. Nehmen wir auch. Boah, man schaut nämlich keines aussehen hier. Ja. Das ist Wunderschein. Ja, wirklich. Die Grafik ist wirklich schön. Okay, und wie soll man da jetzt bitte rüberkommen? So viele Farbendetails, da werde ich ganz, ganz glücklich. Ähm, Magier? Bombe, ich. Ich streike, ihr müsst den Lohn erhöhen. Also ich kann euch hier hochbringen. Ja, du solltest das nicht auf uns reflektieren. Das wäre sehr, sehr... So, ich bin da. Haben wir dir abgeballert, oder was? Ne, aber fast. Also, hast du das Gleiche? Ah, hier ist ja schon wieder so ein Ding. Ne, Magier. Wie bist du da rübergekommen, umsinn? Ah, ich bin auch rüber. Guck mal, riesig, Mann. Ja, ich bin auf Hellgaming draufgesprungen. Moment. Ich werde generell von Frauen immer ganz oft angesprungen. Ja. Moment. Lass doch die Kiste da, Mann. Mach doch nicht alles kompliziert, wenn es auch einfach geht. Der Magier weiß sich selbst zu helfen. So. Was auf jetzt, ey. Oh, scheiße. Jetzt, ey. Oh. Hä, siehst du, ganz allein geschafft. Ohne euch. Habe ich, dass das fürbringt. Da muss auf beide Schalter was drauf, glaube ich. Ja. Huh. Aber, und tot. Ich sitze da tot oben drauf. Schieb mal meine Leiche ein Stück weiter. Warte, einer muss dann nach oben das drücken, einer muss links. Warte, wir brauchen die Mobs hin, hier. Ja. Ah, ne, doch nicht, oder? Ne, warte. Ja, er kann noch zwei Kisten machen. Oh, jetzt bin ich, ich bin gestorben. Genau, mach zwei Kisten hin. Na, wie kommst du jetzt da hinein? Das zeige ich dir gleich. Bleibt das offen. Schein zu. Das bleibt ihr offen, Mann. Ja. Ne, bleibt's nicht. Nur ne gewisse Weile, ja. Dann schieb die Dinger weg und geht da durch. Das muss nicht schneller sein, Mann. Ja, wie denn? Das ist auf und runter einfach. Das ist tot, bleib offen. Ne, bleibt's nicht. Doch. Du, langsam, Alter. Ach ja. So, und jetzt aber. Boah, das war knapp. Der hat mir auf die Arscharre rasiert, der Typ. Äh, die Tür, meine ich. Aha, Moment. Ne, das kann ich das nicht. Da helfen meine Kisten nicht. Ja, toll. Komm mal da unten. Moment. Nein, das bringt auch nichts. Kann sie hoch? Ja. Ah, Spinne, 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 Spinne. Wo? Da oben. Ich sehe nichts. Ja, toll, dafür ich aber umso mehr. Wie glaubst du? Toll, jetzt häng ich hier fest. Ah, er springt einfach durch. Hab's überlegt. Boah, das ist eine fette Spinne, ey. Au. Au, toll, jetzt hast du mir meine Hochstiegs-Wirklichkeit kaputt gemacht. Sorry. Ich bin ja ehrlich. Toll. Ich wollte die Spinne töten. Da können wir auch nach oben irgendwie. Ja, ja, sag mir Bescheid, wenn ihr irgendwas Interessantes sieht. Ah, wie der war. Also. Ich dachte, ich sterbe. Oh, oh, Spinne, Spinne. Wo? Mal machen wir eine Kiste hin oder so, dass sie da hoch kann. Ich hab sie runtergeworfen. Okay, ich töte sie. Ja. Ja, ich komm da nicht so weit hin mit meinem Pfeilen. Ah, Alter, komm mal her. Was? Hier unten ist ein Rohr, was wegmachen kannst, dass sie durch kann. Ne, du hast ja meine Hochstiegs. Wo ist das Rohr? Da. Wo, Alter? Unter mir. Komm her. Unter dir? Ja. Hier, guck nach unten. Ach, da. Ja, kannst du wegmachen. Äh, geht nicht. Doch, geht schon. Irgendwas stimmt da nicht. Ah, jetzt. Halleluja. Ja, wo soll ich denn das hintun? Ist scheißegal, der ist einfach weg. Da ist gerade ein Monster aus dem Kessel gekommen. Ich hab dich beschütten. So. Und da kommt noch eins. Was ist denn das hier? Bäh, was ist denn das für eine Missgeburt? Keine Ahnung, ich töte die die ganze Zeit. So, wir können weitergehen. Ja, wohin denn? Ah, ah, ah. Okay, auf. Hab gerade aufgemacht, das war. Schön gemacht. Ja, mach mal ein bisschen hin, weil hier kommen ein paar Monster. Ich bin schon dabei. Boah, was ist denn das wie kein Quiecher, Mann? Die kommen da aus dem Kessel. Das ist irgendwie, ja, Feuer. Oh, oh. Okay, warte, ich bleibe mal hier und blocke das Feuer ab. Ja, und die Monster kommen von hinten. Ja, die mögen es heute. Die Monster, da sind alle von hinten. Alter, das Feuer. Ich weiß noch nicht, wohin. Ich schieße jetzt einfach die ganze Zeit nach hinten. Ja, jetzt kannst du, ich komme. Pass auf. Ich schütze euch. Ah, ja. Jetzt bist du schnell gesprungen, sorry. Ja, ja, macht nichts. Da war ja gleich so ein Wiederbelebungs-Dings da. Ach, du hellige. Springt. Leute, springt. Nein. Nein. Wir waren alle verwechselt, ey. Ich wusste, ich wohin nicht hin soll. Soll ich wieder nach oben und fliege? Nein. Ich kann sich nicht ablocken. Oh, halleluja. Ich bin gerettet. Oh, scheiße. Das ist mit dem Kopfpfeil. Au. Hey, schön gemacht mit dem Eispfeil. Das war jetzt gut. Ja, ich bin gut, wa? Ja. Aha. Was macht ihr da? Ach, du heilige Scheiße. Aha, da ist ein Hebel. Guck mal. Ja. Ah. Und hier ist auch noch so ein Rohr. Die Frage ist, wo kann ich das, wo soll ich das hin tun? Ja, hier ist auch noch so ein Rohr. Das liegt hier so in der Ecke rum. Aha. Und wo kann man das gebrauchen? Ja, hier vom Luftstrom vielleicht irgendwie. Ich weiß noch nicht wie und wieso und weshalb und warum. Vielleicht um den Luftstrom portalsmäßig dann umzulenken, irgendwo anders hin, damit wir irgendwo anders hin kommen. Das wäre eine super Möglichkeit. Denke ich mal drüber nach. Ja. Ich weiß noch nicht, wohin. Ich weiß noch nicht, wohin. Ähm. Da oben sind noch mehr Rohr oder Alter? Da sind noch zwei, vielleicht braucht man die für irgendwas. Nein, ich wüsste nur ein Grund. Moment. Ich will mich hier immer durchmogeln, aber es geht nicht. Moment mal. Also irgendwas mit dir da oder mal auf alle Fälle. Ja, aber wohin die Rohre? Das freu ich mich grad. Ach, hol die mal. Wo sind die, Alter? Wo sind die, Alter? Ich hab nur eins gesehen. Äh, das Alter, da. Das ist ja. Ach da. Ja. Ja, das sind zwei Obst, oder? Bleib schön. Eins ist das. Ja. Ja. Und da ist noch eins. Oder? Nee. Nee. Nee, das kann ich nicht auch. Nee. Nee. Kannst du die heben, aber da ist wenigstens eins. Und dann noch eins, aber was man damit macht, frag mich nicht. Ja, das fühl ich die ganze Zeit schon ein bisschen mehr als das. Ja, warte mal. Hier ist doch das eine Portal, ne? Dann müssen wir den, äh, den Gasstrom da hin denken, dass es dann nach oben geht, damit das dann hier rauskommt. Ja, genau. Mann, du bist klug. Mach das, mein Andi. Wieso ich? Ja, weil du der Magier bist. Wechsel. Komm, aber ich bin Magier. Komm. Wechsel. Ja, nix wechsel, ich will nicht. Mir gefällt der Magier. Ja, dann muss ich die Drecksarbeit machen. Nix Drecksarbeit, das ist cool. Ja, weil das ist, das hier ist ja das einzige Portal, was wir verschieben können, wie wir wollen. Eben, so. Warte, man hat mich nicht zwei Rote eigentlich. Doch, hast du deine Sicht mit, oder was? Nee. Wir müssen das irgendwie da nach oben lenken. So. Ja, und jetzt noch eins und das dann nach oben. Aber wo ist das, wo ist noch ganz? Warte mal, dein Eindruck, dein Einten, dein Einten, da drin ist es. Du musst das bitte hier, mach das kaputt, Alter. Ja, ich komme ja da, ich komme nicht rein. Ich auch nicht. Ja, weil wir müssen da irgendwie, na jetzt, warte. Ah, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. Na, müssen wir weiter hin. Wir brauchen keins mehr, das passt schon, oder? Ja, klar, na sicher. Ah ja, passt. Ja, und jetzt muss das nur noch ein bisschen weiter nach unten. Oder so. Oh, nicht runter, das muss hoch. Nicht runter. Noch weiter nach oben, wie komme ich denn da hoch? Hier, über das hier. Hier haben wir das Rohr, dann da auf der ist hier und dann da hoch. Okay. Ich bin gerade an einer echt ungünstigen Stelle gelandet. Ja. Ach, hör auf. Das ist ja unpraktisch gerade. What the fuck geht jetzt ab, Mann? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Wie geil ist das bitte? Ich habe es geschafft. Oh nein, da oben ist eine Spinne. Ich habe es auch geschafft. Nein, ich bin zu fett. Jawohl. Oh nein, fuck. Stopp, tot. Ich bin nicht tot. Irgendwie trägt mich der Dampf nicht weit genug. Aber man kriegt es hin. Nein. Geht los. Man kriegt es hin. Ich habe es auch geschafft. Jetzt aber. Yes. Muss ich nicht geduldiger sein. Was muss ich? Geduldiger sein. Das kann es nach oben lassen und dann. Ja. Oh shit, ich renne direkt ins Feuer. Ich volle dir. Ja und? Also ich schnitt gut. Wir sind alle zur Pause, zum Warten. Ja, aber hat funktioniert. Nein. Sehr schön. Udeli. Mann, das kriegen wir richtig nicht. Wartet mal, da oben lässt sich was bewegen. Oh. Hier. Ah, ja, da oben. Für, was? Oh, wie hier wieder. Wo? Wo, wo, wo? Kriegst du alleine? Zum Scheißkessel. Jojo. Ah, da gibt es aber immer wieder welche, weißt du ja. Und hier runter? Da hat man so ein bisschen Zeitdruck. Ah, Moment mal, Freunde. Ich kann das hier bewegen, worauf wir da gerade stehen. Ob es denn, du musst doch mal runtergehen. Alter, hier sind Rohre, die müssen weg. Ich kann das hier... Ihr müsst mich verteidigen. Ich muss das hier... Ja, 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 ich mach schon. Ich mach schon. Es dauert noch ein bisschen. So. Was denn? Der Nächste, der kommt, du... Du stirbst. Alter, komm mal mit nach unten, weil da gibt es ein Rohr, was man wegmachen kann. Dann kommen keine Viecher mehr. Dann sind wir in Ruhe. Ah, okay. Jo, einfach nur da hinunter, dann kommt keine mehr. Weil wenn das Feuer hier drauf scheint, kommen anscheinend Viecher. Hier, guck, einfach wegmachen. Dann haben wir Ruhe. Hä? Los, nimm's raus. Geht doch. Ja. Da ist aber noch eins. Ach, so. Ich glaub, brauchen wir nicht, oder? Und jetzt ist hier... Nee, doch nicht. Und so wissen wir, wo es welche gibt. Aber jetzt kommen zumindest keine Viecher mehr. Aber guckt mal, ich kann die Brücke hier schwenken, schau. Aber ich glaub, das bringt gar nichts, gell? Das bringt uns nichts. Nee, hier sind wieder Rohre. Aha. Aber hier geht's auch weiter. Hä? Hier ist schon der nächste Checkpoint, also. Okay, wir kommen ja eigentlich gut voran. Ja. Wir sind eigentlich ziemlich schnell. Was ist das hier? Hier ist schon wieder so ein Ding. Oh, ich hasse Portale. Ui, ein Ding. Yay. Was ist denn da unten? Das ist voll cool. So. Muss man dann da unten gehen? Ja, schaut's an. Muss ich nicht. Was, musst du mal? Ja. Ciao. War ja wieder mal klar, Alter. Na, wird immer zurückgelassen. Oh, na, komm mal lesen. Oh, den hab ich gesehen, wenn ich in, äh, ins Top-Linivier, die Figur. Jo, mich Checkpoint, Freunde. Oh, yeah. Apropos Checkpoint. Und überall Briefe von den Sprechern. Ich speichere mich. Ich glaube nicht, dass wir immer noch nach Blumen suchen. Nein, nur den Einen. Ah. Müsst ich, wie mich immer durchmogen. Das haben wir zu gut gemacht, wir zwei. Ja. Obwohl, das wohl. Du musst erst nach einer Links-Mob sehen und dann nach rechts. Ah, warte mal. Kann ich mich nicht dahin mogeln? Nein, 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 ich will dahin, dahin mogeln. Hier, da. Ja, komm. Ja, ja, ja. Ah. Nee, das ist eins, das was immer untergeht. Mist. Okay, aber wie kommen wir da rüber? Das ist jetzt die Frage. Moment. Oh, ist das nervtötend, ey. Warte. Nein, ich will dahin. Auch nö. Das ist echt eine gute Frage, wie kommen wir damit weiter? Geh? Verstehe ich gerade gar nicht. Oh Gott, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Warte mal. Hä? Ich bin irgendwo, nein. Oh, Mist, wer hat mich wer geschubst? Hab ne Idee. Jetzt ist das hier unten wieder irgendwie kaputt. Kaputt, sag ich schon. Ja. Doch, nur, jetzt muss ich das Jump-Ding nochmal machen, oder was? Ja. Ich bleib hier. Huch. Huch. Was? Da gab's wirklich eine Stelle, wo ich hochkollte, wenn ich mich warst. Okay, du bist so, wie du die Seite gehst, also die Mobbingkante durch. Ah, okay. Ja, toll, wenn ich jetzt nochmal den, den Scheiß Jump-Part kriege. Der ist gar nicht schwer, der ist nicht schwer, hoppla. Wenn ich da ständig irgendwas trifft, jetzt bin ich tot. Da ist er plötzlich umgefallen. Geh mal durch. Wer ich? Jetzt bin ich tot. Achso, einer, einer sollte sie holen, ich mach das. Ja, falls man mich braucht. Weiß ja nicht. Wird man schon gebrauchen, weil da oben kannst du dann... Der Pate ist eh leicht, ich schaff dir beim ersten Mal, das schaffst du auch. Du musst erst links und dann wieder zurück. Du bist gleich nicht gekillt von dieser Scheiß Feuerblumen, die da rauskommt. Das musst du alles berechnen. Ja, leck dich doch ein bisschen. Leck dich doch, ich bleib jetzt tot. Achso, ich musste ja wiederholen, stimmt ja, vergessen. Ich bleib tot, ich bleib jetzt nicht. Mach deinen Scheiß alleine. Leck dich, ich bin nach Hause. So, da hast du nicht. Ja, jetzt hast du es, siehste. Ich muss direkt rechnen. Und jetzt müsst ihr irgendwie festhalten können, gell? Aber wo? Ja, ich hatte es gerade irgendetwas probiert. Ja, und dann gehe ich durch das Portal durch. Das Problem ist, dass du unabsichtlich durch das Portal gehst, oder wie? Ja. Hm, da scheiße. Und dann kriegst du sowieso schon wieder sterben. Hm. Schieb mal das Portal ein bisschen weiter rüber. Oh Gott, nein, danke, ich hab's geschafft. Wohin, Leute? So, ja, genau so. Na, was bringt sich das? Gibt sich das nix. Das Portal, da kann man nicht weg. Na klar, ich hab's, Alter, ich hab die Lösung. Ne, hab ich nicht, Entschuldigung, ich hab mich getötet. Mann! Freu. Doch, ich hab die Lösung. Ich hab die Lösung. Ist ganz einfach. Ich frag mich gerade, ich hängenbleibe. So, einer muss bitte die Tür aufmachen. Ja, wie denn? Ja, wie geht denn die auf? Geht nur mit dem Portal. Ah ja, warte mal. Ne, ne, warte, 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 warte. Was aufwärts? Was aufwärts? So, bleib die Tür ein bisschen offen, wenn das drauf geht. Ja, gell? So, und jetzt muss ich ihn schnell, schwing dich rüber. Ja, ne. Habt ihr meine Idee dahinter verstanden? Ja, ich glaub nicht, dass das so schnell geht, dass ich das so schnell kann. Es liegt wie immer nur in meinem Skill, aber hey, ich komm hier ständig wieder hoch, also so schlecht bin ich halt dann doch nicht. Ne. Hm. Und vielleicht, wenn ich es ein bisschen niedriger mache, dass du ein bisschen mehr Sprungkraft aufbauen kannst. Warte mal, warte mal, du kannst doch, du kannst doch sicher ein Ding drüber machen. Ne Planke. Ah ja, alter, gute Idee, warte. Ja. Ne, so nicht. Der auf den Namen sauf. Ja, guck. Irgendwie klappt das nicht. Aber das hälst du ganz kurz. Hey, jetzt kann ich keine mehr machen, warum? Ich werde drüber. Jetzt mach auf den Scheiß. Mach auf den Scheiß. Ja, warte, warte, ich mach auf. Oh Gott, wie geil. Mit so einem Scheiß kommt man weiter, man. Das ist natürlich mein... Nein, 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 nein. Du bist ein Lappen. Alter, nein. Nein, jetzt bin ich tot auch noch. Ich mag dich, wenn ich bin der Scheiß. Ich wollte dich schon. Danke, jetzt ist es wieder cool. Mann, wir hätten's was gehabt, Mann. Ja. Nochmal, nochmal. So offen, is mal. So. Moment, ich stelle das ein bisschen näher, so. Jetzt eine Planke wieder machen. Jetzt geht's wieder zu. Musst du schneller sein, Mann. Boah, fuck. Das geht nicht. Wir haben das denn so vorhin gemacht. So, und jetzt gleich rüber. So, rüberschießen lassen und gleich rüber, genau. Und dann sofort die Planke machen. Die jumpt dann sofort und bin drüber. Nein, der geht wieder zu. Ja, warte, warte. Ja, wo springt der denn auch so komisch rum? Ja, wir sind bei 20 Minuten. Ja, wollen wir einen Cut machen? Ja, macht's aufs Screen. Okay, Freunde, wir machen das kurz aufs Screen. Wir sehen uns im nächsten Part. Hau rein. Bis dann, ciao.